Die Wiesbadener Pferdenacht 2012 im Biebricher Schlosspark. Geboten wurde alles, was das Herz echter Pferdenarren höher schlagen lässt. Dabei mussten nicht nur Pferde Hindernisse überwinden. Auch die Volleyballerinnen des VC Wiesbadener konnten Erfahrungen außerhalb ihres eigentlichen Betätigungsfeldes sammeln und sich von der Effektivität amerikanischer Cowboys überzeugen. Und das ist schon sehr beeindruckend. Wir sind schon schnell als Sportler, aber zu sehen, wie schnell diese Pferde den Rhythmus wechseln können, zu schnell stoppen, das ist sehr beeindruckend. Und das ist sehr anstrengend, Sie hören das. Es war eine tolle Erfahrung. Zum Pferdesport gehört, historisch betrachtet, wohl auch die Hetzjagd, von der sich die Zuschauer ein Bild machen konnten. So knuffig Hunde erst recht in großer Anzahl auch sind, letzten Endes drehte sich alles um Pferde. Bis zur letzten Minute.